How to describe a picture. In diesem Video erfährst du, wie du ein Bild auf Englisch beschreibst. Let's go! Wie jeder Text ist die Bildbeschreibung gegliedert in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Dabei ist es egal, ob du deine Bildbeschreibung schriftlich machst oder mündlich. In diesem Video ist die Bildbeschreibung relativ ausführlich behandelt. Je nachdem, wie du es in der Schule machst, kannst du dir Sachen rausgreifen und musst das auch nicht alles genau so machen. Was zeigt das Bild? In der Einleitung gibst du einen groben Überblick, was auf dem Bild zu sehen ist. Ein bis zwei Sätze reichen dabei völlig aus. Nützliche Satzanfänge sind zum Beispiel Hier ein Beispielbild. Der Einleitungssatz könnte etwa lauten So hat der Leser oder die Zuhörerin schon mal einen groben Überblick, was auf deinem Bild zu sehen ist. Im Hauptteil gehst du dann ins Detail. Hier gibt es zwei wichtige Punkte. Erstens. Wo befindet sich was im Bild? Zunächst musst du natürlich beschreiben, wo sich die Dinge und Personen im Bild befinden. Dazu benutzt du das Simple Present, also die einfache Gegenwart. Stell dir vor, dass die Person, der du das Bild beschreibst, es selbst nicht sieht. Du musst es also so beschreiben, dass sie trotzdem eine klare Vorstellung bekommt. Versuch bei deiner Beschreibung nicht wild hin und her zu springen, sondern geh in einer festen Reihenfolge vor. Diese kann zum Beispiel von oben nach unten sein oder von innen nach außen. Welche Reihenfolge du wählst, hängt von dem Bild ab, das du beschreibst. Wenn du also zum Beispiel ein Bild beschreibst, wo Menschen nebeneinander stehen, macht es Sinn, dass du von links nach rechts beschreibst. Wenn in dem Bild ein Eyecatcher in der Mitte zu sehen ist, macht es Sinn, dass du in der Mitte anfängst und von da nach außen gehst. Wichtig ist aber, dass du eine Reihenfolge hast und nicht wild hin und her springst. Bei der Beschreibung des Bildes helfen dir diese Begriffe. Befinden sich die Dinge oben, at the top, oder unten, at the bottom, links, on the left, oder rechts, on the right, in the middle, beziehungsweise in the center, im Vordergrund, in the foreground, oder im Hintergrund, in the background. Achte hier auf die jeweiligen Präpositionen, at the top, on the left und in the background. Befindet sich etwas in der Ecke, sagst du in the bottom left-hand corner, in the top right-hand corner, und so weiter. Außerdem helfen die Präpositionen, die Verhältnisse zwischen den Personen oder Gegenständen anzugeben. Zum Beispiel next to, neben, between, zwischen, behind, hinter, in front of, for, und so weiter. Du kannst dir das hier gern screenshotten oder dir die Begriffe abschreiben, damit du sie immer parat hast. Okay, wenden wir das mal auf unser Beispielbild an. Wenn wir beschreiben, wo sich was befindet, könnten wir hier von hinten nach vorne vorgehen. At the top of the picture, there is a cloudy sky. In the background, there is a church, some houses and trees. In the middle, I can see a woman in a red dress. Next to her, there is a couple on the right side of the picture. In front of them, in the foreground, there is a boy between two dogs. Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Aber irgendwas fehlt da noch. Was tun die Personen im Bild? Das ist der zweite wichtige Punkt. Beschreibe, was die Menschen im Bild tun bzw. was passiert. Nutze dazu das Present Progressive, also die Verlaufsform der Gegenwart. Weißt du noch, wie die gebildet wird? Genau. Du brauchst eine Form von to be, das Verb und die Endung ing, zum Beispiel I am describing a picture. Du kannst dir auch nochmal das Video anschauen, was ich zum Present Progressive gemacht habe. Kombinieren wir nun diese beiden Punkte und beschreiben, wo sich was befindet. Und was die Personen im Bild tun. Das kann zum Beispiel so klingen. At the top of the picture, there is a cloudy sky. It is raining and storming. In the background, there is a church, some houses and trees. A man is walking across the street with a horse. The woman in the middle is struggling with her umbrella. Next to her, there is a couple on the right side of the picture. The woman is wearing a green coat and in her hands she is holding a red umbrella. In front of them, in the foreground, there is a boy between two dogs. The boy is running after his head, which is blowing in the wind. The dog right next to him is jumping. In the bottom left-hand corner, I can see some boys who are playing with boats. In manchen Fällen kann es sein, dass du das Bild noch interpretieren musst. Das machst du zum Schluss, nachdem du das Bild in allen Einzelheiten beschrieben hast. Was denkst du über das Bild? Du stellst Vermutungen an und erläuterst, wie dir das Bild gefällt. Dabei helfen dir die folgenden Formulierungen. I think, ich denke. I suppose, ich vermute. Maybe, vielleicht. It looks like. Es sieht so aus, als ob. The person seems to. Die Person scheint. The atmosphere is. Die Atmosphäre ist. I like the picture because. Das Bild gefällt mir, weil. Oder Wenn es sich anbietet, kannst du solche Vermutungen auch schon in die Beschreibung einfließen lassen. Sinnvoller ist es aber, das am Schluss zu tun, um Beschreibung und Interpretation klar zu trennen. Auf unser Beispielbild bezogen, könnte der Schlussteil so lauten. I think the picture is set in a small town. I suppose, the people are used to rainy days. Maybe, they live in a small town in the UK. The woman in the green coat seems to be afraid that her umbrella might fly away. The atmosphere is very busy and lively. I like the picture because there is so much going on and I really love the way it is drawn. Okay, hier nochmal eine Checkliste mit dem Wichtigsten. In der Einleitung gibst du erstmal einen groben Überblick, was auf dem Bild zu sehen ist. Im Hauptteil gehst du dann ins Detail. Du beschreibst, wo sich was befindet und was die Personen im Bild tun. Zum Schluss interpretierst du dann noch. Du stellst Vermutungen zu dem Bild an und erläuterst, wie dir das Bild gefällt. Wenn du alles verstanden hast, dann gefällt mir das auf jeden Fall. Und ich drücke die Daumen, dass du die nächste Klassenarbeit oder Prüfung bösartig wegrockst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.